Nee, ich nicht. Du? Nee, ich mein, Danny. Du hast ja gesagt, Danny ist ja keiner. Das heißt, Danny macht sich für immer. Immer diese super Begrüßung, liebe Leute, oder? Nein. Keine Ahnung, ich werde irgendwas schneiden. Invasion. Und hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Minispiele. Mit dabei ist der Danny. Der Pausenbrot. Und der Mystiker. Das Mysterium. Wie hat Anja immer gesagt? Egal. Hallo, ich bin auch dabei. Hallo und herzlich willkommen zu diesem komischen Level here. Ihr brandt hier alles und hier gibt's Leere auch so Ufer, also die abgestürzt sind, ne? Schau, die Aliens. Unser Lehrer glaubt an Aliens. Schön, ich bring den Lift runter. Autsch. Nein, ich bin nicht ins Licht. Also, ich kenne dieses Level natürlich nicht, deswegen entschuldigt meine Unwissenheit, dass ich hier sterben werde. Na ja. Na ja. Hab's. Ja, du musst aber die Begrüßung drin lassen, die war. Bitte lasst mich, bitte lasst mich. Ja, ich hätt' dir die Begrüßung drin gelassen. Ich schneide sowieso immer bei Let's Play Minecraft Minispieler, weil ich da ein Intro reinschneide in der Regel. Okay, Google. Hat Pausenbrot-Skill? Gern geschehen. Pause-Broad-Profilerie. Was? Der kommt so ne türkische Facebook-Seite. Okay, Google. Magic 8 Ball. Weil meine, mein Facebook heißt, äh, ist, mein Facebook-Name ist einfach komplett behindert, Alter. Ich geh jetzt zu den Ufo. Am Meer. Näher. Noch näher. Stopp. Schließ die Augen und öffne deine Sinne. Die Kristallkugel wird dein Schicksal enthüllen. Stell nun eine Frage, auf die man nur mit der oder nein antworten kann. Hat Pausenbrot-Skill? Die Kristallkugel sagt, das kann man nie wissen. Ihr habt das Teil von einer nicht sehr vertrauenswürdig wirkenden Webseite. Ich weiß nicht, ob es zuverlässig ist. Wagst du es, der Kristallkugel noch eine Frage zu stellen? Ist so gespürt. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn der Kristallkugel sagt? Das ist ein Geheimnis. Aber du weißt ja, wenn die Antwort falsch klingt, kannst du jederzeit eine echte Person um eine zweite Meinung bitten. Wagst du es, der Kristallkugel noch eine Frage zu stellen? Hör mal bitte auf... Nein! Halt den Maul! Thank you, very much as gracias. Okay, Google. Neaxx24 Studios. Oh, Neaxx24 News, Twitter. Eiswischen Österreich und Türkei. Neaxx? Hä, Joll? Äh, hast du eigentlich Facebook oder Instagram oder so? Twitter hat er. Ach, Twitter, okay. Ich heiße da Brinkäse. Vorzubuch... ... das Facebook findet sich nicht wirklich. Ich heiße da Brinkäse, also immer schön abonnieren. Das wird... Das wird Neaxx rausschneiden. Ne. Bei den blöden Mii-Spielen, dass ich das meiste drin... Nein. Ihr habt auch Werbung für euch gemacht, also Hals-Maus. Ne, wann hat Werbung für wen gemacht? Aber frag, wer ich bin, oder... Oder gab's... Frag doch Google, wer ich bin. Okay, Google wär's, neaxx. Denny? Okay, Google. Wer ist Neaxx? Neaxx24 Studios, YouTube. Okay, Google. Neaxx24 Studios. Ja, bist du behindert? Okay, Google. Kristallkugel. Sehr gut. Stopp, ich muss nur noch schnell diese Samm-Vorhänge aufhängen. Was zum... Komm näher. Näher. Noch näher. Stopp. Lass deine Augen und lehre deine Gedanken. Die Kristallkugel wird die Wahrheit enttöten. Jetzt stell eine Ja-Nein-Frage. Der Witz ist die Ja-Nein-Frage. Wird Neaxx ein... ... guter YouTuber? Die allwissende Kristallkugel sagt... ... dass ich sterben werde. Stimmlich. Weiß nicht, ob ich dem Ding vertraue. Neulich meinte es, KZ-Würgen zurückkommen. Traust du dich, der Kristallkugel noch eine Frage zu stellen? Hat irgendwer eine Frage für die Kristallkugel? Wenn ich da runterspringe und überlebe ich das? Wenn ich da runterspringe, überlebe ich das? Achso, äh... Okay, Google... ... wenn Neaxx da runterspringt, überlebt er das? Die Kristallkugel sagt... ... das kann man nie wissen. Aber du weißt ja, wenn die Antwort... Okay, Google... ... überlebe ich das? Die magische Kristallkugel sagt... ... ja und nein... Hä? Ja, auch egal. Die Kristallkugel völlig willkürliche Antworten. Ja, schon ziemlich willkürlich. ... eine weitere Frage zu stellen? Was soll ich denn der Kristallkugel fragen? Hau irgendeine Frage raus. Ich spreche, darunter ist mehr Glück. Egal. Ja, gut, hab ich gesagt. Wusste, dass ich es nicht überlebe, aber... Willkommen. Willkommen. Tschüss, Danny. Hä? Nein, nein. Bei mir hat es hier kein Wasser mehr. Ja, aber ich habe es weggemacht, oder? Oh, man kann Pac-Man spielen. Ja, aber es ist nicht offen. Es ist nicht offen. Ja, mach es auf. Alter, Pausenbrot, man kann Pac-Man spielen. Oh, ich habe mein Schlüsselbein gebrochen. Hallo, ich bin Pausenbrot, schau mich an. Okay, Leute. Ich spiele Pac-Man. Ciao, Leute. Tschau. Wieso, ich nehme weiter auf? Ich sage einfach, tschau, Leute. Ciao, Leute. Willkommen zum neuen Video. Ciao, Leute, bis zu heute. Oh, Tempel. Oh, no. Ihr sagt es komplett falsch. Es geht so. Hallo, Leute. Tschüss. Hallo, Leute. Und bis zum nächsten. Wenn es wieder heißt... Ich habe keine Ahnung. Was? Scheiß-Minecraft. Oder Scheiß-Craft. Oh, Tempel. Wie lange nimmst du jetzt schon auf? Neun Minuten. Zwei Stunden. Was? Neun Minuten. Was ist denn der Part? Part 55 von Let's Play Minecraft Minispiele. Part 55? Hast du nicht erst Part 50 aufgeladen? Ja, weil... So, wie es Part 50 geht, ja. Aber jetzt bin ich bei Part 55, weil die anderen... Er will 100 Parts machen. Oh, nein. Ich habe... Und da die Parts jetzt länger werden... Wie es geht, jemand in der Mitte. Darf ich oben in die Mitte? Ich sehe... Müsste, komm, machen wir Team. Nein. Das wäre so unfair, ne? Ja, sonst muss ich ihn jetzt töten. Ich darf unten in die Mitte? Ja. Fuck, das wollte ich gar nicht. Nimm alle Sachen ganz schnell raus. Ich habe was anderes vor. Teamt ihr jetzt? Genau, wir haben geteamt. Wir haben beide gegenseitig geflogen. Ich habe ein Diamantswert mit Verbrennung. Diamon! Komm, eins gegen eins... Ich habe ein Diamantswert mit... Und ich sage, halt die Klappe. Boah! Eiskalt! Jetzt muss ich aber weinen. Nergs, darf ich dich töten? Wenn du hinter mir stehst, ja? Ja, was mit mir, Pausenbrot? Hast du eine zufälligerweise... ...ne Goldrüstung mit Fluch der Bindung? Nö. So eine Eisenrüstung. Also ich habe wohl eher eine Diamantrüstung mit Fluch der Bindung. Ja, genau. Klar. Pausenbrot hat einen goldenen Helm. Und dann noch irgendein Dier-Ding und ein Eisending. Dier-Ding. Dier-Ding und Eisending. Der hat so viele Dinger, mit dem Ding, mit dem Ding tötet er auch die Dinger. 10 Milliarden Schadstränke. Also nicht. Ist ja gleich mit... Dänny wurde durch Pausenbrot ermördet. Er... Ermördet? Ermördet. halt hier in der mitte ich schon oder nicht jetzt nicht in der mitte kommt ich war schon in der mitte also ja aber ich warte auf dich ach so ich komme unten kein mehr tnt habe ich leider nicht ich hätte es auch wenn er will sagt der mit seinen tränken umwegst ich habe ne idee haben wir heute bestimmt noch gar nicht gemacht das war master bilder spielen ich kann dich nicht schlagen lass mal ein freizeitpark bauen du kannst mich ja nicht schlagen wenn ich tot bin ich habe die beste idee ein diaverbrennungsschwert entschuldigung ich hatte nur zwei normale dia-schwerter ich habe ne idee lass mal kräfte zum freizeitpark bauen danny nein doch also machte schon ich bin nicht dabei ich sag auch allen das hat er gestern das hat er gestern vielleicht zehnmal gefragt oder so ich mache keine beruf zu untertreiben also liebe leute wenn ihr wieder in die kommentare schreibt bitte macht damit dieses projekt und bla 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 nein mache ich nicht egal ich mache keine projekte mit damit ihr es endlich mal kapiert aber die das findet mein kraft scheiße aber ich würde wenn ich mein kraft nicht scheiße ich bin mein kraft öde im moment ja pausenbrot lassen wir survival hast du auch stimmt ihr könnt ihr mit pausenbrot und mit danny play also vor allem mit danny play mit ihm könnt ihr ziemlich wir können ja skyblock machen wer lust hat er nicht mich ja ich auch okay dann müsste entweder mich denny play oder mystik werden endet mich nicht ich habe zu viele also weil es mich irgendwer enden sollte bitte schreibt dazu dass du von neax kommst beziehungsweise von jorddorf denke ich werde ich das klasse schade ist jemand der mitte goldrüstung mit fluchter bindung ja die habe ich dafür die habe ich da vorgerüstung eingelegt pausenbrot was hast du neax getötet ist nicht so dass das zirko grad an dir vorbeigelaufen ist und es ist auch nicht so dass du deine oben bist und ihm zuschaust alter warum aber bitte nicht kosten bitte das ist unfair jetzt weiß nirgst dass ich hier bin ja nein ich weiß dass pausenbrot dich nicht trifft mit dem bogen ja ich bin halt nicht so ein ballspieler ich bin ein besserer ballspieler als pausenbrot ich bin ein besserer ballspieler als ich und mystikos sind definitiv besser als ich mystikos definitiv besser als ich mystikos du hast pechst du hast gehst du hast du mir da hey was geht pausenbrot jetzt spring runter mann du kriegst keinen schon du hast ja neiiiinnn du hast schon zwei leute getötet doch du springst gerade wieder hoch wenn du runtergefallen bist ja was weg will ich bleib ja nicht unten du hast schon zwei leute getötet wann warte mal du hast doch erst die letzte folge die du hochgeladen hast war folge 50 ne ja macht ja mehrere parts ich mache ja jetzt auch mehrere parts also von dem her die bringe ich ja alle zwei tage oder habe ich alle zwei tage gebraucht ich habe flucht der bindung in meiner hand ja ne weil wegen skyblock also zwei person hätten wir schon also ich pausenbrot vielleicht macht war das ja mit bei skyblock oder what ja wollen wir dann äh wollen wir dann ne klassische skyblock welt oder naja was heißt klassisch einfach so ein kleines viereck liebe leute das war der letzte part von let's play minecraft mini spiele vielen vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen let's play wieder also macht's gut und tschüss dann abonniere uns im in 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 Untertitelung des ZDF, 2020